Veronika Alouf 23. November 1972 in Rowlett, Texas, ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin. Persönliches Alouf stellt Milf Kugas in Filmen des gleichnamigen Genres dar. 2012 und 2013 war sie bei den Ann Awards und den X-Beats Awards in den Kategorien Milf Kuga Performer of the Year und MLF Performer of the Year nominiert, konnte den Preis aber nicht gewinnen. Sie gewann jedoch 2013 bei den X-Beats Awards die Auszeichnung Milf of the Year. Sie drehte für die Studios Evil Angel, Digital Playground, Pink Visual, Wicked Pictures, Tom Byron Pictures, Bresas und Denkbros. Veronika Alouf war von 1996 bis zum 26. März 2013 mit Hans Alouf verheiratet. Dieser starb an einem Herzinfarkt und hinterließ Alouf mit zwei gemeinsamen Kindern. Beide hatten je ein weiteres Kind aus früheren Ehen mit in die Ehe gebracht. Sie sagt über sich selbst, dass sie sehr bisexuell sei und in ihrem Leben hauptsächlich mit Frauen Sex gehabt hat.